Na denn, wenn er denkt, dann denkt, dann denken wir mal, wir sagen Hallo. Ja, Halli, hallo. Halli, hallöle. Da sind sie wieder, die... Die... Boban. Die... Boban. Durch die Knallen. Boban! Bist du jetzt da hinten unterwegs oder was? Ich bin hinter deinem Tempel, da. Ja, ja, ja. Wir sind immer noch auf Mission Schwefel. Schwefel, genau. Genau. Mich, wir brauchen Schwefel. Ohne das Crema kein Stallfeuer. Stippen, das war's. Und deswegen wollten wir in die... Dingsbums. Ohne Stahlfeuer gibt's kein Stahl. Und ohne Stahl kein 100% Werkzeug oder Waffen. Und ohne Waffen sind wir im Arsch. Ja. Ja, immer. Deswegen gehen wir uns da hinten in die Schwefelquellen. Ist hot. Ja. Ist Wüste. Ist very hot. Ist es very hot. Ich dachte, die Rüstung kühlt. Habe ich die falsche an? Für mich ist auch very hot. Dann ist hier wohl ziemlich hot. Wahrscheinlich wären wir mit der anderen Rüstung schon verbrannt. Wahrscheinlich tot, ja. Hier ist nur noch hot. Ja. Gut. Dann sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Hier sind wieder tausende an Steinfelsnasen. Ähm, was geben die? Sand unterspült der Pass? Ja, aber nicht viel. Also. Mal gucken, was die geben. Stein, Stein, Stein. Vier Schwefel. Gehen wir lieber da hinten Schwefelkloppen. Jo. Macht mehr Spaß. Ich bringe mehr. Hört. Noch mal so eine Steinpickelnarbe. Jut. Kaputt genast. Jo. Was ist das denn da hinten? Wo? Ach, das sind diese komischen Bäume, ne? Ja, ja. Bestimmt, wie... irgendwelche Gestalten darstellen sollen. Nee, 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 nee. Da sind die Schwefelquellen. Machen wir ein bisschen Thermalpart. Mhm. Im Schwefel. What? What? Das so gesund ist. Bestimmt. Ich laufe hier den Berg runter. Ich bin schon unten. Mhm. Guck mal, das Nashorn macht hier auch Schwefelpart. Die brauchen wir nicht. Hier gibt's Salz. Oh, mitbringen, wenn ihr Platz habt, bitte für leckere Rezepte für leckeres Essen. Okay. Hab ich noch nicht gesehen, dass es hier Salz gibt. Ist das neu? Ähm, wahrscheinlich. Seid ihr so ein Salzsee, oder wo seid ihr? Schwefel. Schwefel. See. Mhm. Vielleicht ist es ein Schwefel-Salz-See. Ein salziger Schwefel-See, oder? Äh, ich glaub, der greift mich an. Wow. Äh, ja. Ist klar. Ne? Also, ich hatte nicht wirklich eine Chance. Jetzt hat er es auf mich abgesehen. Hm. Oh ne, ich bin... Ich hab doch da unten eine Bettstadt gesetzt. Warum bin ich jetzt wieder ganz oben, in der Wüste... äh, im Norden? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Was mach ich jetzt hier im Norden? Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit ihr da unten bin. Ich bin gleich tot. Oder soll ich auf dich warten? Der ist hinter mich her. Der Blöde. Sauhund. Ja, das war's. Der ist von unten hoch. Ich war grad oben. Na, guck mal, wo du aufstehst. Alter. Hab ich mich verjagt. Ich guck über die Rante. Gucken, wo er ist. Blub. Ich bin... Ja, in der Erde. Das ist praktisch. Ja, gar nicht so. Wie war das mit Bücken? C? Nee, geht auch nicht. Joa. Hm. Ich bin hier mittendrin im Haus. Ich weiß aber nicht wo. Ich glaub... In der Bettstadt. Also bist du im... Ich weiß es nicht. Ich kann mich hier nicht bewegen. Ich komm hier nicht weg. Ich bin hier mitten im... Boden. Also in der Decke sozusagen. Von dem Haus. Schaut die Umgebung aus? Gelb oder grün? Nein, ich weiß nicht. Ich hänge jetzt tatsächlich in der Decke. Über der Bettstadt. In dem Haus. Wo wir vorhin... Die Betten angesprochen haben. Okay. Hast du mein Bett dann mit angesprochen? Oder warum bin ich da nicht gespawnt? Nein, ich hab jetzt Link. Du hast gesagt, du hast das Recht hier genommen. Ja. Kann mich hier nicht bewegen. Irgendwie mit doppelt... Leertaste, dass du dich irgendwo... Festhängelst, hangelst. Hm-mm. Geht auch nicht. Der sagt gar nichts. Der guckt nur dämlich in der Gegend rum. Also Arme und so weiter, die hängen unten. Unten drin. Und ich höre gerade nur die Schulter. Und wenn du mal raus scrollst und wieder rein, bringt auch nichts. Ich hab's gerade gemacht. Ich kann raus scrollen. Steht er da unten auf der Erde? Bücken, Grieching. Ich hab's versucht, geht nicht. Kann mich hier nicht bewegen. Das ist, äh... Ganz toll. Ganz toll. Guckt in der Gegend rum. Ist eingemauert. So. ESC. Ich darf, äh... Das Spiel beenden. Einloggen. Neu ein. Ja. Also irgendwas ist da mit dem... Server oder so. Keine Ahnung. Spiel beenden. Diesmal geh ich nicht zum Hauptmenü. Das mach ich ganz Ende. Und nochmal starten. Oder Steven. Glaub ich ja schon fast nicht. Ah, ist wieder laut. Ohne Leine. Bei Trampeln. Wenn ich da jetzt wieder aufwachen hätte, dann hab ich die Arsch gerade. Weißt du ja, ne? Wenn ich genauso da stehe. Ja! Wenn ich reiß mal das Haus schnell weg. Ich bin immer noch hier. Immer noch. Immer noch. Ich bin gleich schon fast wieder da. Vielleicht kann ich ja irgendwas... Immun to this tier of weapon. Ich klapp da jetzt oben drauf rum. Mir egal. Das bringt nichts. Dann machst du nur deine Waffe kaputt. Ich hab ja keine Waffe. Ich hau da mit der Faust drauf. Dann machst du deine Faust kaputt. Ne, ich krieg das Ding kaputt. Das... Nimmt schon Schaden. Wenn da steht Immun, dann... Immun to this tier of weapon. Immun heißt eigentlich, dass es nichts macht. Dann ist das, wo meine Haut, die da jetzt drauf ist. Die dran klebt. Ich kann mich hier nicht weg. Ey, das ist doch so eine... Mindestens... Ich kann die Oase schon sehen. Vielleicht kann ich dich ja rausboxen oder so. Nee, ich komm hier nicht raus. Ich bin also, äh... Ja, ziemlich oben. Also über der Bettstadt. Da häng ich in der Decke. Ja, das ist toll. Sehr, sehr toll. Wunderprächtig. Wenn ich da oben gucke, seh ich ab und zu mal meine Faust. Ja. Aber was soll denn das? Das ist doch kacke. Ey. Ich frage ich für's nicht. Nee, 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 doch nicht. Ich hänge hier an der Decke. Ich hänge hier an der Decke. Ich weiß nicht. Na, lass halt mal los. Ich kann nicht wahren. Autsch. Ja, holt mich einer. Das ist wie Pinata schlagen. Du hängst an der Decke und ich kann und... Das ist so geil. Ich kann mir noch nie mal böcken. Böcken. Ja, und hier oben sieht man dich auch nicht, weil... Wo bist du denn? Jetzt bin ich oben. Ich seh nichts. Jetzt bin ich wieder unten. Ich hab's zwar gemerkt, aber gesehen hab ich dir da unten. Laune kann ich auch nicht. Ich kann ja nicht durch die blöde Decke gucken. Oh, jetzt bin ich frei. Da hängt er. Also... Ich hab da halt mal ein Loch reingemacht. Also ein... So ein Deckel hat nichts. Muss schon zwei. Mein... Ist jetzt auch weg. Denn was? Mein... Naja, du warst ja tot. Ja. Ja. Muss ich den... Neun... Hebt mal meinen auf. Ich hab da oben unser ursprüngliches Bett einfach mal angesprochen. Oben? Ja. Wir haben ja hier noch Betten. Ja, aber dann müssen wir oben auch noch wieder... Nicht das hier aufmachen. Und dann häng ich da wieder drinnen. Dann mach einfach so'n Scheiß nicht. So, ich nehm doch mal... Na, ich würd gern los, bevor es Nacht wird. Um die Sachen wieder zu kriegen, ne? Ja. Ja, danke. Wie war's nicht? Du brauchst mir die Tür von der Nase zu. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich mach sowas nicht. Der ist rausgekommen. Nein, nein, nein. Und du hast deine Sachen ja noch an, oder was? Ne, das ist das Zeug, was ich mir von oben mitgenommen hab. Sonst wär ich hier nicht angekommen. Ach so. Bist du denn jetzt? Na, hinter dir. Da. Ach, da klappt mal wieder gar nichts hier. Schlimm mit euch. Ne, nicht mit uns. Ah. Hot. Heavy hot. Ne, hot. Eigentlich ist es ja in der Wüste nachts kalt, oder? Da müssten wir doch eigentlich erfrieren. Ja, ja, eigentlich war ich nicht kalt, ne? Oder? Haben wir einen Besuch hinten? Ja, ein Straußenseißel. Ja, ich hab' ja gewusst. Keine Ausdauer mehr. Hot. Jetzt geht's wieder runter. Weißt. Wallard, wo läufst du hin? Ja, wieder im falschen Weg wahrscheinlich. Ja. Wo bist du? Da. Wo? Na, halt da! Ja. Ach, da, da. Ich dachte, das wär' hier so'n Stein. Oh. Todgeprügelt. Endlich einmal mit der Faust eingetötet. Mit der Faust dem Strauß den Hals umgedreht. Oh, jetzt wird's halt ziemlich duschbar. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, ich seh' Wah, knack, tot. Ja, hier war's irgendwo bergrunter, ne? Oder? Ich glaub' jetzt einfach. Ich auch, aber ich hoffe mal nicht. Wieder kein Ausdauer hier. So, jetzt geht's weiter. So, ich bin schon mal da unten. Ja. Wer liegt denn hier? Das bin ich. Da hat er mich erwischt hier. Was bist du? Ja, wohl dich ich? Äh, unten. Ach, nee. Das ist ne Steinnase. Ach so. Du hast aber Waffen und so, ich fühl ich nicht. Äh, da ist Nasehorn. Äh. Nee, ist nicht gut. Mach mal das Licht an, Wannert. Nee. Dann sieht man mich. Ja, aber ich seh' mich ja nicht. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Bist du rund, oder was? Nee, ich bin hier oben. Da, wo du die Steinnase grad umgehauen hast. Ach so. Ich hab' mich da oben versteckt. Ich muss mich erst mal umziehen, äh, anziehen. Ich muss mich erst mal finden. Hm. Eigentlich war ich hier unten im Wasser, aber... Das schaut irgendwie nicht so aus, als würde ich da liegen. Oder, lieg' ich da? Bin ich das? Ich glaub', das bin ich. Okay. Jo. Das bin ich. Gut. Ich hab' mich. Er hat sich. Na wunderbar. Ja, ja. Er ist einzig hab'r. Wunderbra. So, ich bin hier außenrum. Gut. Dann können wir weiterhacken. Und Sekret muss doch in diesen Feuerkessel, ne? Für diese Steinchen da, die du da machen willst, ne? Ja, zusammen mit Zwirn. Hm. Muss man erst mal Zwirn herstellen. Jo. Manchmal, wenn du da drauf haust, gibt es einfach nichts. Was kann das sein? Hm. Ich hab' mich vorhin auch gefragt, ob irgendwas kaputt ist, oder so. Gut. Aber das ist noch ein Nashorn, oder was? Ja. Wer liegt hier denn rum? Das bin ich. Beziehungsweise war ich. Brauchst du dich noch? Nö. Braucht doch einen, einen, so... Gehst du ganz nach unten, oder was? Ja, da kommt nämlich das Nashorn. Oh, ich weiß noch nicht. Wie ich da runterkomme. Pfeil und Bogen. Na toll. Schon wieder? Ne, noch nicht. Aber da unten ist ein weißes Nashorn und ich hab' noch 10 Sekunden Leben. Das müsste hinter mir her sein. Lalalalalala. Lalalala. Keine Ausdauer mehr. Lalalala. Also, mit diesen weißen Nashörnern, glaube ich, brauchen wir uns nicht anlegen. Geh weg von mir, Wallard. Hau ab. Ihr seid ja lieb, Sonnen. Ja. Weil wir keine Sonne dagegen haben. Egal, wo du hingehst, geh nicht zu mir. Ich geh' weiter, Schwefelhacken. Nee. Hilfe. Ich kann dir nicht helfen. Häng das Ding ab. Spring irgendwo drüber, kletter irgendwo runter, häng das Ding ab. Ich wüsste nicht, was ich dagegen machen soll. Einen treffe und ich bin tot. Der kommt hinten rum. Ja. Der kennt sich hier wohl besser aus als mich. Der hat dich in die Falle gelockt. Ja. Warte mal, ich geh mal zurück, Jack. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich glaub, der hat dich, der hat dich losgelassen. Ja. Ich versteck mich jetzt hier. Hm. So, was hab ich? Das hier eigentlich nur Stein gibt. Das hab ich hier. Salz hab ich 13. Das soll mir mitbringen, hat Angie gemeint. Ja, und Schwefel. Salz ist auch aus den Dingern drauf, ja. So vier wie ihr könnt. Und wie ihr Platz habt und alles. Wir hauen uns erst mal so weit voll, aber ich glaub, da geht meine Hacke vorher kaputt. Diese Stalaktonne gab gar nichts. Stalaktonne. Gib mir deinen Schwäfel. Schwäfel, schwäfel, dreimal schwäfel, dreimal schwäfel, viermal schwäfel. Also viermal sieben. Ja, manchmal gibt's auch nur viermal. Schaffst du wieder eins. Schaffst du wieder eins. Okay, lassen wir auch. Vielleicht denkst du da nichts schlimm ist. Kommt auch nicht hoch. Ist zu hoch. Echt, ey. Da kann man schon klettern und kann's doch nicht. Los, du schaffst es. Bin oben und Nason. Bis zum nächsten Mal.